Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays. Ich bin Rick Thalin und ihr schaut, wie Play Games for You. So, machen wir hier noch das letzte Schild hin, damit auch jeder weiß, wo der Spawner ist. Spawner. Vor allem, damit ich auch weiß, wo der Spawner ist. Bababab, sagen wir mal. Wenn wir den Ofen mal bestücken. Eisenerz direkt rein. Hier machen wir mal alles rein, was wir nicht sofort brauchen. Ähm, Pilze brauchen wir auch nicht direkt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Können wir mal dabei lassen. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. So. Dann machen wir hier das nächste. Upsala. Wie viel Erde es hier unten noch gibt, der ist der Wahnsinn. Man sollte meinen, tief unten in den Bergen gibt es nicht mehr so viel Erde. Beziehungsweise wie ist das? Ist das irgendwann nur noch Gestein oder kommt da wirklich noch Erde? Ich bin geologisch nicht so bewandert, dass ich hier mit Sicherheit sagen könnte, okay, das ist so. Wird mich aber dennoch interessieren, wie das ist. So, weiter, 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 wir bewegen uns hier vor. Boah, da, 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 da. Brauchen unbedingt noch Klappich dazu, dies. Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier keins finden, irgendwie. Oder nicht ausreichend, sagen wir es mal so. So, ist schon der Wahnsinn, wie lange so Diamanthacken und so weiter halten. Spider-Man ist beigetreten. Gehe auch nochmal eine Lampe hin. Damit es hell genug ist. Wahrscheinlich kommen wir hier am Ende genau im Spawner raus oder sowas. Wäre ja auch lustig. Gar nicht so unwahrscheinlich. Na, zumindest nicht genau im Spawner, aber fast. So, dann gehen wir wieder zurück. Moment. Das hört sich an. Als wäre hier irgendwo ein Blob. Komisch. Gehen wir mal hier hin. Dann haben wir eins. Dann müssen wir noch eins reingehen. Und dann haben wir zwei. Gehen wir nämlich hier nochmal in die Richtung. So ein Blob wäre natürlich richtig praktisch mal. Damit wir auch diesen Klebekram und so weiter bekommen können. So, zack. Will doch nur ein Lapis dazu. Was soll das denn? Braucht nicht so viel Eisen. Oder eigentlich schon. Wenn man es genau nimmt, braucht es schon eine ganze Menge Eisen. für das ein oder andere, was ich hier noch plane. Blödsinn, dass ich da gar keins brauche. So. Ich hasse das, wenn ich die Blobs hören kann, aber nicht sehen. Strip Mining. Wieder Eisen. Eisen und Kohle, ey. Wahnsinn. Wenn ihr euch ja mal überlegt, dass man das normalerweise nicht gefunden hätte, wenn wir nicht dieses Strip Mining machen würden im Moment, wie es auch in den Comments halt vorgeschlagen worden ist. Ist schon ein bisschen der Wahnsinn. Was so eine kleine Veränderung dann doch Auswirkungen zeigen kann. Kohle haben wir auf jeden Fall genug, denke ich. Geht noch weiter, ey. Der Hammer. Dann gucken wir mal. So. Das passt. Schaufeln wir mal wieder. Mag Cravel ja gar nicht. Finde ich unnütz. Mag Stein und Co. viel lieber in der Regel. Upsala, mal hier kurz, zack, dann auch gleich wieder eine Fackel hin, geht halt auch ziemlich schnell sich mal hier zu verbuddeln und so weiter. Bin wie immer ein bisschen angespannt heute, weil ich auf den DHL-Mann warte, auf TubeRadar, die neue PS4-Version. Es ärgert mich zwar ein bisschen, weil ich habe die im Dezember schon vorbestellt gehabt bei Amazon und wie man den Comments entnehmen kann, Leute, die dann vor zwei Tagen bestellt hatten, haben es dann gestern schon gehabt, am Erscheinungstag, und ich, der es im Dezember schon vorbestellt hat, bekomme es einen Tag später. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Hallo Europa-Fohlen! Nur als Tipp, und zwar, falls du jetzt gefragt haben solltest, ob ich aufnehmen und ob du rein kannst, dann ja, natürlich, aber ich kann hier nicht antworten, weil ich gerade aufnehme, und du musst auch nicht fragen, du kannst einfach joinen. Okay, hier ist wieder die Festung, das ist uninteressant für uns im Moment. Und deswegen machen die hier auch die Geräusche. Wir machen das mal anders. Und zwar gehen wir hier rum, wieder hoch, gehen einfach mal die andere Seite runter, zu, was mache ich denn hier eigentlich? Erstmal was essen, und ich würde gerne noch das Eisen mitnehmen. Und noch manch andere Sachen. Gehen wir nämlich erst noch mal kurz nach Hause. So, dich nehmen wir mit. Dich, dich, dich. Den Pilz nicht unbedingt, aber dich nehmen wir mit. Die Steine auch nicht. Die Steine auch nicht. Das hier auch nicht. Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Dich auch. Schwarzpulver können wir auch mitnehmen, haben wir bisher noch keins. Kies können wir wegmachen. Und eine Tür brauchen wir ja bekanntermaßen immer mal wieder. So. Hüpfeln, hüpfeln, hüpfeln. Genau. So. Brennen wir mal ein bisschen. mit einem brot bewaffnet ich muss sagen soebo hat er jetzt angefangen hat mit diesem castle mir auf feld let's play gestern einfach auch ein bisschen auf als vorbereitung auf den zweiten teil der auch bald kommen soll und im zuge dessen das ist schon gute grafik was da der 3ds wirklich produzieren kann und das finde ich wiederum ganz cool so müsst ihr euch unbedingt mal angucken das ist ja lustig wie ich da sowieso schon gold drin hatte ja hallo noch mehr lapislazuli den kram machen wir mal weg bis ich mir klar bin wie man das überhaupt wirklich benutzt hallo oh man nicht so störgeräusche und so leute ey weißt du wo man was zum essen kriegen kann weil ich bin nämlich recht tot in der küche kann dir ein brot geben aber ich hab noch eins in der küche der jugendherberge gibt es was zu essen es ist echt ziemlich nice hier Wahnsinn den kram Leider. Wo ist überhaupt, ähm, hier Penguins, ähm, Legacy. Der ist hier unterwegs. Danke. Aber ich hab nur eins, ne, also. Komm mal mit. Hast du hier schon mal in dieser Welt mitgespielt? Ähm, das ist das erste Mal. Ja, okay, ja, guck. Du kannst hier dann in der Mitte, ne? So. Und dann, das soll die Küche werden. Und dann kannst du mal hier rein gucken. Waren ja eine ganze Weile weg, ne? Waren ja Ghost-Einladen? Nein. Der hat doch in der letzten Folge dieses Portal gebaut, ne? Wenn er das macht, dann, äh, mach ich hier ein... Ich glaube, der Termin wäre nicht erforderlich, wenn die nicht einladen, oder? Cut. Ja. Du kannst hier einladen, aber du sollst halt nicht so Sachen bauen, total oder so. Wir müssen gar nichts bauen. Der cheatet nämlich die ganze Zeit rum und das ärgert mich nicht. Ich hab den nicht umsonst von der Friendless rausgekriegt. Was? Was? Ob du Transformers hast? Ob du Transformers hast? Nicht deutlich, dass du nicht. Ich hab den nicht umsonst von der Friendless rausgekriegt. So, weil wie angekündigt, wer cheatet oder Quatsch macht und so, der wird gekickt. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch alle Folgen an. Das ist das Beste, was wir machen können. Ja, da ist auch Ghost dran schuld. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt kaputt machen werde oder nicht. Da bin ich noch am überlegen. Alter. Komm, 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 komm. Ich hab die neue... Äh, ich hab die Senna-Peteil jetzt gefunden. Alter. So. Äh. Spiel verlassen. Und speichern. Ach, wieder beim Let's Play? Hat nämlich den ganz einfachen Grund, wegen diesem Ghost. Gucken, ob ich das hier irgendwie einstellen kann. Dann stell ich nämlich jetzt grad nur auf Privat. Ich hab keinen Bock. Kommt rein und macht dann schon wieder so ein Kram. Ist echt affig, ey. Weitere Optionen. So. Okay. So. Zurück. Laden. Jetzt müssen wir uns vor allen Dingen gegen eine Spinne, äh, durchsetzen. Leute, jetzt habt ihr mir zwei Minuten weggenommen. Ärgert mich, ey. Vor allen Dingen, ich hab's noch in der Folge gesagt, ne? Äh, wo das war. Und dann kommt der rein und macht dann gleich wieder Höhlenbüro-Portal-Portal. Denk ich mir doch. The fuck. So. Das passt. Alter, wie viel gibt's denn hier von den Dingern? Jetzt reicht's mir aber langsam. Die blöden Bekloppten. So. Die müssen wir natürlich auch noch mal füttern. Zacki, 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 zack. Ihr kriegt auch noch was. Ihr habt schon alle, okay. Dann holen wir die Schere raus. Also wie gesagt, jeder kann gerne reinkommen, aber kein Quark machen. Nicht irgendwelche Portale bauen, sodass ihr mir bei der Hölle schon irgendeinen Scheiß reinbaut. Und so weiter und so fort. Nee, mach ich jetzt nicht. Heute ist, äh, Ende der Geschichte. Weil der Punkt ist der. Oh, hallo Schaf. Ups, jetzt hab ich das Schwein gehauen. Jetzt kriegst du als erstes dafür. Zucht-Obergrenze wurde erreicht. Was ist das denn? Müssen wir da jetzt ein paar Schweine töten, oder was? Machen wir. Machen wir hier noch irgendwo ein Schwert. Da haben wir doch noch eins. Machen wir das Schafblatt gemacht. Es tut mir leid, liebe Kerlis. So. Und das haben wir. Das haben wir auch. Packen wir hier mal. Obwohl das Fleisch ist ja noch hoch. Kein Huhn rausgekommen, schade. Okay. So. Zacki, zack. Man müsste eine komfortablere Version oder Funktion haben, um Leute einfach rauszukicken, ohne dass andere rausfliegen. Aber da das leider nicht gegeben ist, können wir da auch nichts dran ändern. Im Moment. Machen wir mal noch hier Bibliotheksgeschichten. Eins, zwei, drei, vier. Wupp, wupp, wupp. Bücher kommen wieder weg. Genauso wie die eine Karte. Das kommt auch weg. Beziehungsweise ist, glaube ich, hier drin. Zack. Hier können wir das Fleisch reinpacken. So. Und dann gehen wir mal in der Jugendherberge nochmal ganz kurz vorbeigucken. Hm. Es ist natürlich auch immer gut, wenn ihr Türen wieder zumacht. Falls möglich. Die sind da ja nicht ohne Grund. Und kein Bock hier irgendwie mittendrin, wo ich halt dann Sachen aufgebaut habe, dass da dann Creeper explodieren. Kann natürlich sein, dass auch jemand versucht hat, gerade ein Tier hier durchzuschleusen. Dann kann er nichts dafür. Ja, die Mine. Aber nach Möglichkeit immer mal gucken. So, haben wir. Blauen Block haben wir auch einen neuen. Machen wir hier mal weg. Da mal weg. Hier noch einen blauen Block hin. haben wir Erde dabei. Ja. So. So. Das wird das hier nämlich so mehr oder minder die Bepflanzung werden. Machen. Frage ist. Wie bekommen wir da dann eventuell Grünzeug hin? Dann kümmern wir uns bei Gelegenheit mal drum. So. Uh. Oh. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Können wir doch gerade hier nochmal was machen dann. So ist es halt ne? Biologischer Anbau. Abbauen, anbauen, abbauen, anbauen. So. 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 Tö töten. Tö tö. Tö tö. Obwohl, hab ich ja auch Teile von mir jetzt mit rein. Das ist nicht so geil. Tö tö. Tö tö. Genau, was mir gerade überlegt habe ist folgendes und zwar, ab morgen wird wiederYU normal offen sein. Hier das Spiel, aber ihr könnt keine Freunde mehr einladen. Könnt selber rein, wenn ihr bei mir auf der Friendlist seid, aber eigenständig Freunde einladen geht nicht mehr. So, weil dann kann ich nämlich eher kontrollieren, wer dabei ist und wer nicht. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. So, machen wir aber einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.